Im Januar ist es oft kalt. Ich feiere meinen Geburtstag im Januar. Im Februar besuche ich meine Familie. Wir feiern im Februar Valentinstag. Im März beginnt der Frühling. Im April regnet es manchmal. Das Wetter wird im April wärmer. Im Mai blühen die Blumen. Ich gehe gerne im Mai spazieren. Im Juni ist es oft warm und sonnig. Im Juli machen viele Leute Sommerurlaub. Im August machen wir Urlaub am Strand. Mein Vater hat im September Geburtstag. Im Oktober fallen die Blätter von den Bäumen. Im November tragen die Bäume keine Blätter mehr. Im Dezember feiern wir Weihnachten. Im Januar fällt oft Schnee und die Kinder können Schlitten fahren. Im Februar haben wir den Geburtstag meiner Schwester gefeiert. Im März beginnen die Bäume grün zu werden und die Tage werden länger. Im April blühen die ersten Frühlingsblumen wie Tulpen und Narzissen. Im Mai gehen die Menschen gerne spazieren, weil das Wetter schön ist. Im Juni fängt die Sommerferienzeit an und wir planen einen Ausflug. Im Juli verbringen wir viel Zeit am Strand und gehen schwimmen. Im August machen viele Leute Sommerferien und reisen an verschiedene Orte. Im September beginnt die Schule wieder und die Kinder treffen ihre Freunde. Wir feiern meinen Geburtstag im Oktober mit Kuchen und Geschenken. Ich trage im November gerne einen warmen Mantel. Im Dezember freuen sich viele auf Weihnachten. Trotz des kalten Wetters im Januar gibt es viele Winteraktivitäten, die man genießen kann. Im Februar könnte die Kälte dazu führen, dass viele Menschen drinnen bleiben. Trotz des wechselhaften Wetters im März beginnen die Menschen, ihre Gärten vorzubereiten. Trotz möglicher Regenschauer im April genießen viele die Natur. Mai ist der Monat, in dem viele Abschlussfeiern und Hochzeiten stattfinden. Die Blumen blühen innerhalb kürzester Zeit, wenn der Juni anbricht. Die Tage sind im Juli am längsten, wenn die Sonne spät untergeht. Viele Menschen reisen im August, um neue Kulturen zu entdecken. Trotz des schulischen Drucks im September versuchen viele Schüler ihr Bestes zu geben. Die Temperaturen können im Oktober stark schwanken, je nachdem, wo man sich befindet. In diesem November, da die Tage kürzer werden, steigt die Nachfrage nach gemütlichen Abenden zu Hause. Im Dezember, wenn der Winter beginnt, erstrahlen die Städte innerhalb und außerhalb in festlichem Glanz. Die Städte innerhalb der Städte innerhalb von Burden wird ausgerechnet. Dann wäre genau die Städte innerhalb der Städte innerhalb von Burden. Die Städte innerhalb von Burden ist der Klima abendet. Dann wäre vielleicht die cockeyert ein paar Stunden abendet. Vielen Dank.